Er hat eine Kamera dabei hier, falls was schief geht, dass wir Beweismaterial haben. Ein Bügel bitte! Alright, los geht's, wir starten! Morning of Needed, ready for take off, es geht los! Bitte, wenn ihr das ins Internet setzt, treib bitte dabei, dass die Mann weh ist. Denken die Leute, ich sehe immer so aus. Hör mal, Männer, alle, die jetzt noch ein Handy in der Hand haben, ne, macht mal Grindr und die Romeo hier zu, ne? Jetzt mal fünf Minuten hier konzentrieren. Ich hab Grindr letztens gelöscht, die App geht mir auf den Sack. Alle zwei Minuten geht ja hier die Werbung los, ne? Servus! Er könnte sich mal wieder rasieren hier mit der Brille. Jaaa, dann wollen wir mal... Achtung, hat jetzt die Zupiks, dann dürfte weiter Alkohol. Meiner geht nicht mehr rein, Alter! Meiner geht nicht mehr rein! Jetzt soll man draus! Mir auch nicht! Das ist immer so in letzter Zeit! Ich hab sie zurückgedrückt! Ja, ich auch! Ich hab sie zurückgedrückt! Ich hab sie zurückgedrückt! Jaa, den fahr ich nicht! Das kriegt halt wieder Beklemmung. Das Lustige ist an sich sehr harmlos, aber ich bin ein bisschen Maschist. Alter, dieser Picks ist schon ganz schön groß von hinten! Jaa! Jaa! Jetzt hört man schon wieder so komisch! Hey! 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 See lady! Haha! Haha! Der Jules Werner Dauer! Ähh! Jules Werner! Ja! Ausbring sich klein! Jaa! So im Vergleich, ich hab mal Apolo und Finite! Nächster Rad ist die Dingung! Jaa! Das fehlt ja viel besser als Stand für ihn! Letztes Jahr hast du an der Bunkausbälle stehen! Oh! Das war der Zauber, oder? Gut! Rote! Drei! Zwei! Eins! Ah! 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 Wann kommt keiner raus! Ja? Sie hat da so viel Geld für bezahlt! Ich glaub ich spinne! Das waren 40 Meter, jetzt mit den Damen an Bord! Ah warte, ich find mich schuld! geht los. Heute ist ja mein Tag. Den könnten wir ruhig jeden Tag haben. Deswegen fahren wir am Herbst noch mal nach Köln, weil ich mich ja so wohlbefrüßt habe. Und den 32.000 Sternhagen voll hinter der Blut geraten. Alter, der übertreibt mit seinem kleinen Pinnefinger. Aaron, heute holt der Eric den ganz lang raus. Das stimmt dann mit mir auch zu, ne? Eieiei, Propeller! Ja, da holt der Eric seinen Pinnefinger wieder raus. Eigentlich müssen wir bei Geisterstadt nachfahren. Oh, schwer! Das Ding, ne? Ja, das kann ich auch nicht heißen. Guck mal, da ist der Airport, warte. Guck mal. Da. Da ist doch gut drauf. Der hat eine Vorderkulation. Der wird nicht weg. Den gibt es ja zwei Götter... Der wird nicht weg, der wird doch winnen können. Okay? Okay? Ja, der wird nicht weggekommen. Jetzt hab ich euch. Jetzt kriege ich euch! Das ist zu spät! Jetzt baut sich aus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... Janjahrik 8, du Scheiße. Cool. Der soll 85 Meter, der soll 85 Meter sein, der soll 80 sein. Irgendwie ist es bei jetzt gleich groß, ne? Diese Art wird jetzt ... Alter. Äh, Wespe! Wespe in 80 Meter. Das ist nicht scheiße. Da ist die Luffvolle, oder? Das hat die pinken Manne in den Luffvolle. Ich bin dein Frau. Und dann gibt es noch Intelligenten, die auf dem Fall sind die Intelligenten, die sind hier gar nicht eingeschwiegelt. Thanks! Cool, oder? He hat den Hangover. Ohhhh! Das war's für heute.